Und jetzt legen wir los. Sie kommen zurück! Was ist das Tier? Okay, das ist mal ein Beginn nach Maß. Die alte ist ja mal völlig übergeschnappt. Oh! Gut. Geile Reaktion! Kann ich ihm aber nur beipflichten. Das beten wir. Das wird sicherlich helfen. Oh Allmächtige, hören unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Wir suchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht, erbringen wir unsere Opfer in Erwartung des Erlösenden Nichts. 2.000 Jahre später. Momota Miranda. Kann der jetzt mal das Messer weglegen? Weil ich hab das Gefühl, mit dem Stimm war's nicht. Er wurde ja auch gebissen, ne? Er verwandelt sich! Oh nein! Steig ein! Autoschlüssel. Let's go! Wir machen eine Spritztour. Wird romantisch, glaub mir. Ich glaube nicht. Ich versteh's nicht. Ich auch nicht, Digga. Aber ich weiß, dass wir hier so schnell wie möglich verschwinden sollten. In der Tat. Musik 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 Vielen Dank.